Was hab ich gehört? Was hab ich gehört? Was hab ich gehört? Ja. Das, was ich gerade gerochen habe, was ich gesagt habe, raus hier, lag einfach daran, dass da so ein richtig bissiger stinkender Geruch Das ist wie wenn man sich permanent die Hose scheißt, sich nicht in den Arscher pischt, sich seit Wochen, seit Monaten nicht mehr gewaschen hat und das war so ein richtig penetranter, exzessiver Geruch. Vierge Ich glaube, hier haust noch was. Ja, ich habe auch gerade noch mal so viel. Ja. Hier haust definitiv noch einer. Komplett. Socken. Und in dem Eintracht noch habe ich eine Hose gefunden. Das ist beschissen, würde ich jetzt mal sagen. Socken. 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 Hier ist der Boden runter. Ich mag es noch etwas mit dem Tür. Ich mag es noch etwas mit dem Tür. Du weißt, wenn es genau wäre, oder? Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Hier ist alles in der Regel. Wir kommen nicht mehr runter. Das hat einen Sinn hier. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Ich habe ein neues Mikro und mein Gimbal noch erweitert. Was habe ich gehört? Was habe ich gehört? Ja. Alter, er hat mich richtig in der Nase. Das, was ich gerade gebrochen habe, was ich gesagt habe, raus hier. Lag einfach daran, dass da so ein richtig bissiger stinkender Geruch, wie wenn man sich permanent die Hose scheißt, sich nicht den Arsch abwischt, sich seit Wochen, seit Monaten nicht mehr gewaschen hat und das war so ein richtig penetranter, exzessiver Geruch. Ich habe das nochmal deutlich, auf jeden Fall habe ich genauso wie Josie das Atmen gehört, dass wir auch denken, da hinter der Stadt ist gerade einer und hat ein bisschen kurz gewartet, deswegen sind wir jetzt rausgegangen. So gut, das Obdachlosenlager, gut, ist einmal abgefilmt, also dementsprechend symbiotisch ist es schon noch ein Hotel, ein aktives Hotel, wie man es so sehen möchte. Nichtsdestotrotz schenkt mir ein Abo und schenkt meine Freundin ein Abo, Josie Photography, Räume 2K18, einen Link jetzt in der Beschreibung unten. Thank you and bye bye. Bye bye.